Ich darf zu dem 50-jährigen Jubiläum herzlich gratulieren, als älter Zentralpräsident an Jahren. Und die machen, dass es irgendetwas geht. Mit Sicherheit sehr gut weiter. Und ich freue mich auf das Jubiläum. Ehrenmitgliedertreffen ist immer ein schöner, geselliger Tag. Und man freut sich auf das, dass man noch zusammenkommen kann. Man freut sich über den Erfolg, den man miteinander feiern konnte. Und dass man heute eine schöne Kameratschaft hat. Das ist also das, was ich als ehemaliger Zentralpräsident freut hätte, wenn das so weitergeht. Und trotz allem, der Mitmenschen will er geben, um zu retten, auch innerhalb der Organisation, Redoc, das ein wenig zu haben. Wir pflegen und hoffen und wünschen, dass möglichst wenig, aber wenn wir daran haben, effiziente, erfolgreiche Einsätze sind. Das ist meine Geburtstags- oder Jubiläumswünsche an Redoc 2021.